Kommt Schürrle vom BVB? Mit Gummitz hat der VfB schon den spektakulärsten Bundesliga-Transfer der Winterpause abgewickelt. Nun soll offenbar der nächste DFB-Star kommen. Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart will Weltmeister andere Schürrle von Borussia Dortmund noch in diesem Winter ausleihen, wie die Ruhr-Nachrichten berichten. Nach der Rückholaktion von Mario Gummitz vom VfL Wolfsburg wäre das der zweite spektakuläre Transfer. Der kostspielige Gummitz-Wechsel soll dabei auch der Grund sein, warum statt eines Kaufs von Schürrle offenbar nur noch eine Laie möglich ist. Schürrle kommt in der laufenden Saison nur auf unbefriedigende 339 Einsatzminuten in acht Pflichtspielen. Kein einziges absolvierte er über 90 Minuten. Ob ein Muskelfaserriss, Rückenprobleme oder Leistungsgründe, Schürrle spielte einfach keine große Rolle. Stattdessen setzten die Trainer Peter Bursts und anschließend Peter Stöger auf Christian Bülisik und Andréa Molenko auf den offensiven Außenpositionen. Der lange verletzte Marco Reus kommt zur Rückrunde nun auch noch zurück. Berater Ingo Haspel hatte vor kurzem schon gegenüber Sky betont, grundsätzlich will andere so viel wie möglich spielen, und wenn die Spielzeit nicht gewährleistet ist, dann wäre es geradezu fahrlässig, nicht darüber nachzudenken, wie die Zukunft da aussehen kann und wo man mehr Spielzeit bekommt. Quellen und weiterführende Informationen Doppelpunkt Bericht der Ruhr Nachrichten Leistungsdaten von Schürrle bei Transfermarkt.de Eigene Recherchen Doppelpunkt Bericht der Ruhr Nachrichten